Wie kann man Nasenbluten stoppen? Auch wenn die erste Reaktion oft ist, den Kopf zurückzulehnen, ist dies falsch. Du musst den Kopf nach vorne beugen, um zu verhindern, Blut zu schlucken. Dabei durch den Mund einatmen. Du hast sicher schon einmal erlebt, dass bei jemandem aus der Familie oder dem Freundeskreis, oder vielleicht sogar bei dir selbst, die Nase plötzlich zu bluten begann. Doch wie kann man Nasenbluten schnell stoppen? Wie kommt es dazu? Was sind die Gründe dafür? Im folgenden Artikel werden wir es dir erklären. Warum kommt es zu Nasenbluten? Du brauchst dir keine große Sorgen zu machen, denn in den meisten Fällen ist Nasenbluten nicht schlimm. Es kommt sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern häufig vor. Die Nase besteht aus einer Vielzahl kleiner Blutgefäße, die Z, B bei einem Temperaturwechsel oder einer Erkältung platzen können. Die durch die Nase eingeatmete Luft kann trocken sein und die Membrane in der Nase irritieren. Auch dies kann zu Nasenbluten führen. Da die Temperatur eine wichtige Rolle spielt, kommt Nasenbluten häufiger im Winter vor. Meist entstehen die Blutungen im vorderen Teil der Nasenhöhle, nur selten im hinteren. Doch wenn dies vorkommt, ist es schwieriger, die Blutung zu kontrollieren. Zu den Ursachen für Nasenbluten zählen folgende Irritationen durch eine Allergie oder eine Erkältung Kalte oder sehr trockene Luft Starkes Schnäuzen oder Nasenbohren Eine kleine Verletzung in der Nase Oder eine verstopfte Nasenhöhle Chemische Verursacher Bluthochdruck Schwerere Gründe Mögliche Tumore Was können wir bei Nasenbluten tun? Als erstes Ruhe bewahren Dies gilt vor allem, wenn es sich bei den Patienten um Kinder handelt. Beruhige das Kind und erkläre, dass es nichts Schlimmes ist und bald vorbeigeht. Nachfolgend findest du verschiedene Tipps, um die Blutung zu stoppen. Setze dich und neige den Kopf nach vorne. Warum? Auf diese Weise kann vermieden werden, dass Blut geschluckt wird. Atme durch den Mund. Drücke dann sanft auf die Nase, und zwar auf die weiche Stelle der Nase. Auf diese Weise kannst du die Nasenhöhle schließen. Drücke zwei Minuten lang und lasse dann die Nase wieder los, um zu überprüfen, ob das Blut damit gestoppt werden konnte. Atme immer noch durch den Mund. Atme immer noch durch den Mund. Denke daran, dass du den Kopf immer nach vorne hältst, um das Schlucken von Blut zu vermeiden. Alle fünf Minuten überprüfst du dann, ob die Nase immer noch blutet. Wenn das Nasenbluten noch nicht nachgelassen hat, kannst du eine kalte Kompresse auflegen oder als Alternative auch ein bisschen Eis. Auch so kannst du das Nasenbluten stoppen. Viele Menschen neigen dazu, die Nase mit einer Gase zuzustopfen. Das kannst du ruhig tun, es ist aber wichtig, dass du nicht die ganze Nase zustopfst. Lege dich nicht hin, solange die Blutung andauert. Auch dabei könnte Blut geschluckt werden, deshalb ist dies keine gute Idee. Am besten ist es immer, den Kopf nach vorne zu neigen, damit der Blutfluss dann nach unten geht und die Nase nicht verstopft. Vermeide das Schnäuzen oder das Reinigen der Nase in den nachfolgenden Stunden. Sonst könnte die Nase erneut beginnen zu bluten. Wenn die Blutung nicht stoppt, solltest du ins Krankenhaus. Dort wird meist ein Nasenspray verwendet, um die kleinen Blutgefäße zu verschweißen und das Nasenbluten zu beenden. Wann sollte man einen Arzt aufsuchen? In folgenden Fällen solltest du einen Arzt aufsuchen. Wenn das Nasenbluten auch nach 20 Minuten nicht besser wird. Wenn das Nasenbluten nach einem Schlag auf den Kopf eintritt. Hier kann die Blutung auf eine Kopfverletzung hinweisen. Wenn die Nase nicht nur blutet, sondern nach einem Schlag auch verformt ist. Hier kann es sein, dass die Nasenseitenwand verletzt wurde. Dies kann sehr schmerzhaft sein. Auch folgende Aspekte solltest du beachten. Leidest du häufig an Nasenbluten? Einmal pro Woche oder öfter? Hat das Nasenbluten nichts mit einer Erkältung oder mit einem Temperaturunterschied zu tun? Auch dann solltest du einen Arzt aufsuchen.